Nachgefragt Bei welchem Song singst du unter der Dusche mit? Michael Jackson Oh Gott! Bee Cheese Ach, das ist... Meistens bei Bullet For Real Time. Jedes einzelne. Ähm... Gar nicht. Das ist unterschiedlich. Entweder singen ab und zu mal auf Britney Spears oder sowas. Oder irgendein Quatsch. Oder The Cure zum Beispiel. Bei jedem Schnulzensong. Ich singe mich unter der Dusche. Ist das eine Lüge? Nein. Früh oder Spätdienst? Früh. Früh. Frühdienst. 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 Früh. Das ist gemischt, teils spät, teils früh. Also es muss ein gesundes Mischverhältnis sein. Schon mal einen Liebesbrief bekommen? Ja. Nein. Ja. 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 Aber das ist lange her. Ja, aber vierte Klasse. Ich glaube, das zählt nicht. Jus. Das ist manchmal. Verkaufst. Keiner, ja. Das macht das Zähne. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Wie geht es sich ein Überblick. Ich weiß noch nicht. Das war's.